Das Besondere an dem Studium hier ist, dass es fokussiert ist, aber auch, dass Sie viele Wahlmöglichkeiten haben, sodass Sie nach Ihren spezifischen Interessen auswählen können. Das CUWI-Studium ist ziemlich breit aufgestellt, also man kann Module aus den Kunstwissenschaften, Literaturwissenschaften, Medienwissenschaften, aber auch eher soziologische Module wählen, also wir haben alle sehr individuelle und unterschiedliche Studienprofile. Das Besondere an Media Kulturwissenschaften ist, dass wir unter dem Griff Kulturwissenschaften im Plural eine Vielfalt von disziplinären Angeboten unter ein Dach gebracht haben, miteinander verschränkt haben. Wir haben sehr lange Erfahrung mit den Kulturwissenschaften in Leifana. Wir waren eine der ersten Studiengänge und trotzdem verändern wir aber den Studiengang ständig, eben weil wir auf verschiedene gesellschaftliche Herausforderungen auch reagieren. Ich habe ein Major-Miner, dieses Leifana-Semester, wo ich mit allen zusammen studieren kann, aber auch das Komplementärstudium. Und eigentlich, dass ich mich von Anfang an nicht begrenzen musste, das war total cool und auch innerhalb des Major-CUWI immer Entwicklungsmöglichkeiten hatte, dass ich immer für mich einen neuen Weg finden konnte. Die Wahlmodule sind organisiert nach Vertiefungen und da kann man sich entscheiden, was einen in diesem Studium am meisten interessiert. Und dann gibt es natürlich noch das Nebenfach, der Minor und das Komplementär, also drei Bereiche. Man kann es wirklich auf sich selbst ausrichten als Person und man kann auch noch während des Studiums seinen Weg ein bisschen finden. Die Kulturwissenschaften sind als Fach ein sehr reaktionsfreudiges Fach, was an ganz viele andere Disziplinen anschließt und da teilweise nochmal die Disziplinen, über die wir ganz viel reden, selber nochmal zu erleben und darin mit zu studieren, ist auf jeden Fall was, was mein Studium sehr bereichert hat. Dadurch kann man sich auch sehr breitfachlich aufstellen oder auch sehr vertiefen in den einen oder anderen Bereichen. Kulturwissenschaften ist auf jeden Fall ein theoriebasiertes Studienfach. Also wir lesen theoretische Texte und diskutieren auch darüber. Was bei den Kulturwissenschaften dann aber besonders ist, ist, dass wir immer versuchen, diese theoretischen Texte auf die Gegenwart anzuwenden. Es geht darum, darüber nachzudenken, dass das, was wir hier lernen, nicht nur dazu da ist, zu verstehen, wie Gesellschaft funktioniert, wie Kultur funktioniert, sondern dass das, wie wir das lernen und was wir hier wissen über Gesellschaft, letztendlich auch dazu beiträgt, wie dann Gesellschaft gemacht wird. Wir arbeiten trotzdem historisch und benutzen Vergangenheit quasi als Material, um dann Fragen, die heute relevant sind, zu beantworten. Das bedeutet aber auch, Exkursionen zu machen, Lehrforschungsprojekte zu machen, wo wir uns empirischen Gegenständen widmen. Es gibt auch für jede Fachrichtung die Möglichkeit, Praxismodule zu wählen und Projekte zu starten. Also wir haben schon Podcasts aufgenommen. Es gibt die Möglichkeit, kleinere Veranstaltungsorganisationen dort mitzuwirken oder auch bei größeren. Wir haben kleine Gruppen, in denen studiert wird. Wir haben eine enge Betreuung. Wir haben eine Feedbackkultur. Die Atmosphäre an der Leuphana ist intellektuell inspirierend, aber sie ist auch familiär, weil wir einen geschlossenen Campus haben, weil die Lehrern und die Studierenden sich ständig über den Weg laufen, weil wir auch in den Seminaren sehr aktiv miteinander arbeiten. Und die Lehrenden auch sehr auf die Interessen der Studierenden eingehen. Die Atmosphäre ist total schön. Es ist ziemlich einfach, hier den Zugang zu Menschen zu finden, weil alle sehr offen sind. Ich würde das Studium weiterempfehlen. Nicht nur wegen dem wirklich großartigen Campus, sondern auch, weil das Studium einfach durch seine Interdisziplinarität und seine Vielfalt die Möglichkeiten, mich selbst weiter dabei zu entwickeln und selber neue Interessen auszubilden bietet und so ein spannendes Gesamtkonzept bietet, was Wissenschaft im 21. Jahrhundert vielleicht auch irgendwo neu definieren kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017